Und mit diesem epischen Intro begrüße ich euch zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal Adrionik13. Vor einiger Zeit wurde ich von MuffinLP gefragt, ob ich nicht an einer Liga teilnehmen möchte, die mit 10 Teilnehmern insgesamt an jeweils 18 Spieltagen in einem deutschen Bundesliga ähnlichen Format gegeneinander antreten wird. Unser Liga heißt die Z-League. Ja und was genau die Z-League ist und welche Regeln und Instruktionen diese beinhalten, das erfahrt ihr jetzt. Es gibt eine Hin- und eine Rückrunde, die in unserem Fall aus jeweils neun Spielwochen besteht. Für einen Sieg gibt es drei Punkte für einen Unentschieden, einen Punkt von jedem Teilnehmer und bei Niederlage gibt es einfach null Punkte. Und am Ende der Hinrunde werden die Punkte zusammengezählt und natürlich gibt es einen Spielplan, bei dem die Teilnehmer mit den Punkten aufgelistet werden. Dann erfolgt ein Breakdraft, an dem Pokémon ausgeswitcht werden würden und durch neue ersetzt werden und dann erfolgt die Rückrunde mit jeweils wieder neun Spielwochen. So, was passiert denn direkt zu Anfang? Es wird ein Draft geben, den ich leider nicht aufgenommen habe und somit seht ihr nicht live, wer welche Pokémon gepickt hat. Aber ich werde euch nochmal kurz zusammenfassen, welche Pokémon bzw. nach welcher Tierlist wir spielen. Ja, hier müsstet ihr die Tierlist sehen, die natürlich auch in der Videobeschreibung zu finden ist. Dort seht ihr alle OU-Pokémon, Juju-Pokémon, AU, NU und Piu und gebannte Pokémon, die wir nicht benutzen dürfen. Hierbei sei zu sagen, dass gewisse Pokémon nun mal in anderen Tiers aufgelistet sind als in der Smogon Tierlist, da diese Tierlist nach der aktuell laufenden GPL Season 4 abgeleitet ist. Und es gibt Pokémon, die nun mal in bestimmten Tiers stärker oder schwächer sind als sie nun mal wären, wenn man ganz normales Competitive spielt. Ich scrolle hier noch einmal runter, denn vor allem das Juju und das NU sind sehr vielseitig vertreten und ja, das macht das... Alter, wie viele sind das? Okay, warte, ihr seht es in der Videobeschreibung nochmal. Ja, dort sind alle Pokémon aufgelistet, nach denen wir uns richten. So, und was picken wir denn nun? Naja, die Tierbegrenzung ist einfach 3 OU-Pokémon, 3 Juju, 2 RU und 3 Neverused bzw. PU, NFA und LC. Ja, jedes Team darf sich maximal ein Mega-Pokémon draften und es gibt bestimmte Clause, nach denen wir uns natürlich halten müssen. In dem Fall wären besonders die Species Clause zu beachten, denn Rotom, alle Formen sind erlaubt, Choriogl sind alle Formen erlaubt, Kyurum und schwarzes Kyurum, das Weiße ist ja gebannt. Voltolos, Boreos und Demeteros jeweils mit I und T, wobei bei Demeteros I die versteckte Fähigkeit nicht ist, weil die mit versteckte Fähigkeit ist verboten. Zigarde, 50% und 10% sind erlaubt. Amigento ohne Disc einmal und einmal mit einer Disc, Psiargon männlich und weiblich, Wolverog, Tag und Nacht Form, die Normalen und Alola Form, sowie Mega und Nicht-Mega-Pokémon. Hierzu gibt es die Beispiele, wenn Mega-Scherox gepickt wurde, ist das normale Scherox noch frei wählbar, wird Rotom Wash gepickt, kann man Rotom Kühlschrank oder sonst noch was picken, bei Alola Volnona darf man das normale Volnona noch picken. Ja, das geht ganz einfach, denn jeder von uns 10 Teilnehmern darf immer nur ein Pokémon picken, dann ist der nächste Teilnehmer dran und dann der nächste und dann der nächste und dann der nächste. Die ist natürlich in einer Reihe, die zufällig bestimmt wurde und dann nächste Runde eine neue zufällig bestimmte Reihenfolge und so weiter, das 11 Runden lang, sodass jeder 11 Pokémon hat und diese 11 Pokémon sind einzigartig. Kein anderer besitzt diese Pokémon, außer natürlich in der besagten Species Clause und ja, das macht es halt besonders einfach, äh, schwierig, Entschuldigung, schwierig, ja, gegen den Gegner vorzugehen. Es gibt noch andere Clausees, nämlich die Sleep Clause, die Evasion Clause, die ja erweitert wird, die One-Hit-Ka-O-Clause, Moody Clause, Bad and Pass, Swagger, Item und... Ja, das war's. Sorry. Bei der erweiterten Evasion Clause werden jegliche Attacke, jegliche Fähigkeit oder jegliches Item, welches die Neuigkeit, das Gänge das senkt oder in Flucht wird es anders erhöht, sind verboten. Solche Attacken dürfen jedoch im Moveset-Verhalten sein und mit dem jeweiligen Z-Stein als Z-Attacke eingesetzt werden. Ja, es gibt zum Beispiel sowas wie Z-Doppelteam, sowas dürfte man einsetzen, aber nicht das normale Doppelteam. Beispiel. So, natürlich gibt es auch ein paar Regeln, die bestimmen, wenn es Probleme bei Campen gibt, nämlich pro Liga gibt es drei Schiedsrichter, bla bla bla, das haben wir nicht. Ähm, wir haben keinen Timer, wir nehmen keine Schiedsrichter, wir schicken uns nämlich die Rematches, also die Replays, genau so heißen die, die schicken wir uns gegenseitig in einer gemeinsamen Gruppe, dass ich sie hier anschauen kann und dann entscheiden wir halt, äh, demokratisch quasi. Nun, Regelverstöße und Disconnects werden natürlich auch wie, ähm, naja, Human hier bearbeitet und wer drei Strikes hat, ist einfach mal raus. Ne, da steht Punktabzug. Oh, ich dachte, der ist raus. Egal. Nun kommen wir zu dem, was in der Z-League eigentlich besonders ist und zwar die Z-Steine. Ganz genau, denn in der letzten Runde des Drafts hat jeder Spieler zwei Pokémon seines Teams, seiner elf Pokémon gewählt und zwar als Z-Träger. Diese dürfen, müssen, aber nicht einen Z-Steine tragen. Sprich, man kann bestimmen, yo, ich nehme jetzt die fünf Pokémon mit und den Z-Träger und gebe dem einen Z-Steine. Oder auch ein anderes Item, das ist egal. Aber nur der Z-Träger darf einen Z-Steine tragen. Man darf die, äh, diese Mons nicht mehr ändern, also man darf den Z-Träger nicht mehr ändern, es sei denn, man tut ihn in dem Rückdraft, also im Breakdraft, austauschen. Es gibt Restriktionen, die wir natürlich beachten müssen, wenn wir Z-Moves spielen. Und zwar alle Z-Moves, die alle Werte um eins erhöhen, sind verboten, außer der Evo-Boost. Also Evoli mit seinem Z-Zufluch dürfte das einsetzen. Attacken wie Z-Momentumori und Z-Abgangstirade, Z-Bauchtrommel, Horta, Wandler, Aromakur und Vitalglocke sowie Z-Spiegeltrick sind verboten. Ja, dann noch allgemeine Regeln, man darf einen Mon nicht zeitgleich einen Boosten-Status-Move und einen Boosten-Z-Moves spielen. Ausnahme, es landet sich dabei um den gleichen Move. Ein normaler Protzer und ein Z-Protzer wären erlaubt. Ein normaler Protzer und ein Z-Schwert-Tanz zum Beispiel wären nicht erlaubt. oder ein normaler Protzer und ein Z-Gedankengut. Sowas zum Beispiel wäre nicht erlaubt, aber es ist dieselbe Attacke, es ist erlaubt. Mons mit mehr als einem geboosteten Wert dürfen keinen offensiven Z-Move benutzen. Also wenn ich Protzer eingesetzt habe, darf ich eigentlich keinen offensiven Z-Move mehr benutzen. Ja, das wäre irgendwie auch OP, wenn ich jetzt, keine Ahnung, sechsmal Schwertanz mache und dann eine Z-Attacke. Safer one-hit. Ja, der Evo-Boost natürlich keine Bedingungen außer der Batten-Pass-Clause. Also man darf den Evo-Boost nicht Batten-Passen. Ganz klar, weil das ist sau OP und keiner möchte sowas sehen. Deswegen verboten. So, jetzt kommen wir zur spannendsten Sache. Und zwar, was ist denn nach dem Draft eigentlich alles verteilt worden? So, und das werde ich euch jetzt erklären. Im Team Shining Prism hat sich der gute Melvin aka Muffin folgende Pokémon gedraftet. Im OU ein Magianer mit dem Z-Stein, ein Manafee und sein Signature Necrozma. Im Underused hat er sich folgende Pokémon gedraftet. Ein Voltula, ein Diebeldra und ein Karpilz. Sein Arju besteht aus dem Duo Schwalbos und Mega Firnantor. Und sein Enju rundet mit folgendem Pokémon ab. Regirock, Fuegro mit dem zweiten Z-Stein und Traun Magiel. Das Team High Frequency Wyvern, angeführt von Lucas aka Darkfog LP, besitzt folgende Pokémon. Im Overused ein Victini mit dem Z-Stein, ein Karguron und ein Voltriant. Im Underused besitzt er Pokémon wie Megatohaido, sein Signature Uhafnir als Z-Träger und Kurelei. Sein Arju beinhaltet folgende Pokémon, nämlich Colossan und Armigento mit der Kampfdisk. In seinem Enju befinden sich Alolasandama, Luminion und Kangama. Das Team Disastrous Hydragons von Kusher aka Hydronic24 hat folgende Pokémon gedraftet. Im OU ein Boreos T mit dem Z-Stein, Pixie und Zapdos. Im Underused befinden sich Shimon, Nidoking und Trikephalo mit dem Z-Stein als sein Signature. Im Arju befinden sich Piondragi und Magbrand. Sein Neverused besteht aus Gastrodon der östlichen Form, Stahlos und Rosanna. Die Green Ninjas angeführt von Grüni aka Maverick haben folgende Pokémon. Im OU sein Signature Ashquayute mit dem Z-Stein, Katagami und Voltolos E mit dem Z-Stein. Das Underused besitzt Meluetta, 10% Jugale und Amphira. Im Arju Vesprit und Egnatol und im Neverused Amaldo, Tangela und Gufa. The Beasts Within angeführt von dem verrückten Hutmacher aka Bene sind folgende Pokémon. Knackrack, Mega Aerodactyl und Terachium im OU. Im Underused Quayutsu mit dem Z-Stein ohne der versteckten Fähigkeit, Akani und Klavion. Das Arju beinhaltet Silvaro und Ditto. Und im Neverused Bundle Bee, Zwirfins mit dem Z-Stein und sein Signature Pachirisu. The Gardens of the Bee Movie angeführt von Adrian aka Buendil beinhalten folgende Pokémon. Brutalander mit dem Z-Stein, sein Signature Megabibor und Keldeo mit dem Z-Stein. Sein OU hat folgende Pokémon Entei, Cobalium und Mimigma. Im Arju sind Donphan und Psiana und im Neverused Ordoch, Amoroso und Golbert. Hell's Kitchen angeführt von Chitani aka Manic besitzen folgende Pokémon. Nämlich Demeterostee, Vulcanion und Togekiss. Sein Underused hat Kyurem, Megaturtog und Metagross. Im Rareused Rihonir mit dem Z-Stein und sein Signature Hooper. Im Neverused Fruyal, Quatermark und Skuntank mit dem Z-Stein. Das Team Arm-Alt-Oho von Alex aka Grebo-Alex hat folgende Pokémon im Overused. Megaglurak-X, Voltolos-T mit dem Z-Stein, Kapu-Kime. Im Underused Wichu mit dem Z-Stein, Tangolos und Kramchef. Im Arju Alola-Slimok, Registeel und im Neverused Golgantis, Frigometri und Lepumentas. Das Team Evo Boosted von Tony aka Endertaste hat folgende Pokémon. Im Overused Kapu-Riki, Zebrial und Megaknackrack. Im Underused Felinara, Porygon-Z mit dem Z-Stein und Duokless. Im Rareused Wummer und Viridium. Im Neverused Vulvarock Nachtform, sein Signature Evoli mit dem Z-Stein und Regis. Und zu guter Letzt, denn das Letzte kommt immer zum Schluss. Force of the Nature von mir, Adrionikans3 aka Adrian. Ich habe mir gedraftet im OU. Ein Megasherox, ein Lamus mit dem Z-Stein und ein Panferno. Im Underused befinden sich ein Magnetzone, ein Tentantel und Porygon-2. Im Arju habe ich Kripuk und Puffy Nesse gedraftet. Und im Neverused Rotom Ventilator mit dem Z-Stein, mein Signature Shelterra und Sagannabis. Ja, das waren die Pokémon. Ich hoffe für euch sind sie sehr interessant, also für mich auf jeden Fall. Und ich muss sagen, nachdem wir einige Kämpfe schon aufgenommen haben, sind da richtig coole Teams und Strategien entstanden. Die Pokémon sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich habe richtig coole und spannende Kämpfe abgeschritten. Und auch die anderen Teilnehmer, also wirklich ohnegleichen. Freut euch drauf. Jetzt noch eine kleine Info. In den ersten drei Wochen werdet ihr nur vier Videos sehen. Ab der vierten Spielwoche seht ihr fünf Videos. Dies hat zufolge da, ich sag mal so, der gute Kuscher, a.k.a. Hydronic24 von Disastrous Hydrogons, ist erst in Spielwoche vier zu uns gestoßen, da vorher eine andere Teilnehmerin da war, die aber dann gegangen ist und wir natürlich einen neuen brauchten, der dann ihre Position übernimmt. Und dementsprechend sehen wir seine Videos erst ab der vierten Woche. Aber ich hoffe, das wird euch nicht stören. Und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und das erste Video müsste eigentlich schon bald kommen. Das seht ihr dann entweder auf meinem Kanal oder auf Twitter oder in der Videobeschreibung steht's. Ja, ich wünsche euch viel Spaß in der Z-League. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.